Hey! Yo Leute und was geht ab und willkommen heute zu einer neuen Folge Granny Smith. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Oder? Hier. Ich hab... Yeah! Okay. Hey, ihr weißt doch gar nicht mal... Muss man springen, muss man nicht springen? Hier musste ich jetzt grad zum Beispiel springen. Ich weiß nicht, war da ein Apfel, war da kein Apfel? Gut, ich hab hier einen Apfel. Das Level ist ja der Hammer gerade. Ich find das Level grad voll cool. Ich hoff da gibt's noch mehr so dieser Level. Ich find das cool, wenn man nix sehen kann und so. Ich find das voll cool. Cool. Yeah. Also, ich glaub das war jetzt grad der letzte Apfel. Cooler Disco. Hey, das find ich grad richtig cool gemacht. Das finde ich grad total der Hammer. Ähm, genau gehört hat, hat man sogar das Klatschen im Hinter... Ops. Das Klatschen hat man auch im Hintergrund gehört. Ist ja cool. Ich find die Level zu cool hier. Wo sind wir jetzt? Oh, wo sind wir jetzt? Industrie oder wie? Müll, Alter. Wuh. Cool. Oh. Nochmal. Das ist so cool. Ne, ich fand aber das andere Level besser. Ui, ui. Ne. Auch cool. Yep. Es gibt so coole Levels. Oh, oh. Oh, oh. Warum drehe ich nochmal? Ui. Ui. Jump. Jumping. Geil. Ui. Hihi. Hihi. Boah. Boah, ich find diese Levels cool. Ja. Hammer. Ja. Mir war das Geld jetzt egal. Ich fand einfach nur den Apfel am besten. Au. Uuuu. Ja. Haha. Au. Also hätte ich das jetzt wissen können. Cool. Geiles Level. Yeah. Machen wir doch dieses Einzellevel. Da hat man jetzt gerade auch die Möwen im Hintergrund. Er hat den Apfel. Ich versuche halt schon gleich alle Äpfel auf einmal natürlich zu kriegen. Aber wenn das nicht klappt. Oh Mann, Alter. Das ist nicht so leicht. Ich werde diesen Apfel. Ich mache es jetzt so lange, bis ich diesen Apfel bekomme. Okay. Ich muss früher loslassen, glaube ich. Viel früher. Ja. Ja. Hat nichts gebracht. Kann mich gerade so schön freuen. Nein. Ja. Nan. Styration eine Schutupung nehmen. Sh 시� complaints maison, bei uns Essen stellen. Das ist nicht nur, wenn ich elferließeなんse oder sie jetzt vielleicht etwas machte. Das ist irgendwie leer zeroes초 weksutschen. Es ist in Penny. Damit sie sich schutzen Frau Stine. reicht wobeln das hier섯. Ich muss das andere Atemagicolichen und películas zeigen, die Early Ja. schneller 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 gut jetzt muss ich den letzten apfel noch bekommen ja zwei äpfel wenigstens zwei also sobald ich aber nur ein apfel bekomme mache ich noch mal gut damals ist nicht noch mal so bei dem hier lebe meist es nicht noch mal da war das level play 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 affen wir sind offen ach da muss man okay hätte ich das gewusst ging vielleicht einfacher ja nein noch mal affen wir sind offen jump zum glück bin ich vor ihm da muss ich jump jump einfach muss schneller sein jetzt eher nein doch ist alles okay oh geht nicht anders hey dann habe ich eben diesen einen apfel hier nicht ist jetzt nicht so schlimm dann machen wir hier hat ja auch die ganze zeit des klopfen ich habe mich aufgepasst die haar und hier noch mal mann alter Oh man, oh man, oh man, heul, heul, ich heulen, ich heulen, ich heulen. Ein braver Anlauf, hier. Schneller ist er und dann... Ich raste hinaus. Hier, schnell als er. Ja. Jetzt habe ich null Baseballs wegen ihm. Ah, jetzt weiß ich es. Na, das ist ja auch logischer. Ich muss Jumping dann gleich nicht loslassen. Noch einfacher geht es natürlich. Es geht natürlich noch viel einfacher. Ja, und dann dahin. Nein. Hä? Wie stellt man sich das vor? Die kann ich also auch nicht durch, gell? Nee. Ist ja klar, nein. Ja. Ja, endlich. Halleluja. Ich raste. Verdammt noch mal aus. So, jetzt habe ich bestimmt nie auf den ersten Teil hier. Natürlich nicht. Aber wartet mal. Ich habe da eine Idee. So, ich weiß, wir cheaten jetzt mal. So. Jetzt kann er mich nie kriegen. Theoretisch darf ich gar nicht hinfallen. Ich muss anfangen zu rollen. Okay, was ist das? Hier gibt es doch noch, glaube ich, was noch ein anderes da. Ja. Machen wir das mal ein bisschen. Bevor wir das anfangen. Aber natürlich mache ich diese Baseball so schnell wie möglich wieder lernen. Die Bananenschalen. Hier. So. Habe ich keine Bananenschalen mehr. Oh, ich wollte nicht zurück. Ich wollte nicht zurück. Hä, hat man es gerade gesehen? Die waren ja größer, die normalen. Ja, hat man größer. Not. Oh. Ja. Oh, nee. No, 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 no. Nee. 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 Ja. Jump. 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 Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen irgendwann später mal wieder dran. Also darum sage ich... Tschau Leute!